Originals Hazelight Unreal Engine Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play It takes two, baby Ja, und das kann ich natürlich nicht alleine spielen Mit mir spielt zusammen der Episode 1 LP Und wenn wir uns gerade verbunden haben, dann hören wir uns gleich wieder Verbindung zu EA-Servern wird hergestellt Spielsitzung, beitreten Oh ja, sie ist da Nein, ich möchte... Hallo, warum habe ich mir extra... Achso Also ich kann auch nicht mit dem Controller spielen, glaube ich Nee, ich habe den drin Warte mal, kann ich mit dem Controller spielen? Also bei dir steht irgendwie... Oh shit, es geht schon los Aber nichts wegdrücken, bitte Nee Hey Hey How was your day? Great, the toaster broke and Rose refused to eat her vegetables How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment No, I didn't forget, I thought you were taking her tomorrow No, it was today I'm working tomorrow But it's Saturday I know, I've got to work overtime You have to do that every week? Oh Cody, I'm not in the mood for this discussion again Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair Using her I'm not using her I'm just stating a fact Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah May, this... Isn't any easier for me Let's not tell her Let's stay friends instead Yes Let's stay friends forever I love you, Cody I love you too, May Ich bin links Ich bin links Ich bin... Ich will die Frau sein Nein Warum ist bei dir eine Weltkugel drin? Ja, die hattest du eben Deswegen wundere ich mich Achso, nee Dann heißt das wahrscheinlich nur Dass der andere online ist Aber man kann das wohl auch An einem Computer zusammenspielen Okay Hey, honey Can I just take Elephant a sec? All right Uh, Rose Honey, you know we love you, right? Yeah And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways Okay Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course, sorry Mhm Mmh 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 Ah Das war's für heute. Dr. Hakim, Sie müssen mir jetzt helfen. Sie müssen zusammenbleiben. Schau, es sagt hier, Liebe ist Arbeit, sehen Sie? Sie müssen es arbeiten. Sie können nicht nur aufgeben. Mom? Dad? Ich wünsche Ihnen wieder Freunde. Spannende, Sie müssen uns schütten, Sie müssen uns aufnehmen. Oh, oh, oh! Ohhhh Ohhhh Ohhhhh Ohhhhh Ahhhhh AAAAAA Ohhhh was das? Was ist das? Oh, helo! Helo! Cody, ich versuchte zu schlafen. Shut up! May? May, ist das dir? Ahhhh Cody! Aber sie ist Pinocchio. Dich mal mit deiner Sicherheitsnadel auf dem Rücken. Du bist aber ganz schönes Tier, Schatz. Ich hab ne komische Stimme. Ich bin Dr. Hakeem, weltweit bestseller und ein Experte auf Liebe. Deine Frau hat mich gekauft, sie war glücklich. Ich war die letzte Kopie, denn ich war die besten. Ich habe Millionen von Frauen, und jetzt werde ich Sie, um, zusammen zu gehen. Das ist definitiv ein Schmerz. Ich muss mich aufwachen. Oh, nein! Oh, Mei! Mei? Mei? Oh, du bist zurück! Oh, mein Gott! Du kannst hier nicht aufwachen. Genau. Okay, Herr, um, Buch. So, uh, wie du aufwachen? Cody, Mei. Du bist hier, um, deine Beziehung zu verabschieden. Wir haben es gerade verabschiedet. Ja, ja, wir, äh, wir verabschieden. Es ist alles gut. Nein, ich werde dir helfen, um, deine Beziehung zu verabschieden. Chapter 1. Verabschieden Sie, deine Beziehung zu verabschieden. Plus, ich versuchte deine Beziehung zu verabschieden. Sie sehen, Liebe ist wie ein Mountain. Oh, look, Mei, Mei, es ist Rose. Ich kenne das Gefühl. Jetzt warte mal ganz kurz. Bevor du irgendwas machst, muss ich mal eben in den Einstellungen gucken, weil bei dir ist das auch so unheimlich leise, wenn die reden. Nö. So, mal sehen. Warte mal, springen kann ich auch. Wuhu! Wui! Ja! Wuhu! Kann es sein, dass du dumm bist? Wuhu! Wuhu! Ach, das Schleichen, Flitzen! Aua! Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Moment, da hinten ist unsere Tochter. Ähm, was machst du denn da für ein Quatsch? Ich probiere nur was. Ähm, wie willst du das jetzt zu mir drehen? Kann ich... Hallo! Kommst du da wieder hoch? Hallo! Ein Bier bitte! Weiß ich nicht. Ja, doch, ich... Ich bin runtergefallen. Ja, ich komme wieder hoch. Ich komme wieder hoch. Was bist du denn hier, du leuchtendes Auge? Was müssen wir denn machen? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht lustig aus irgendwie. Ähm, ich kann das aber... Ich kann nur da rein, ich kann das nicht drehen, ne? Also, ich denke mal, auf jeden Fall muss einer hier hinten drauf springen und der andere wird dann hochgeschossen hier. Und dafür ist das schon mal gut. Wenn du da mal drauf springst. Du bist aber definitiv schwerer als ich. Siehst du, ich kriege das nicht hin. Oh! Oder müssen wir da Anlauf mitnehmen? Nee, du musst... Also, ich nehme mal an, dass du das Ding da vielleicht... Hä? Dass du das Ding da vielleicht, äh, hier rein... Danke. Guck mal, ich kann hier stehen bleiben. Egal, wo ich stehe, er kriegt mich immer hoch. Ähm. Ich nehme mal an, dass wir da irgendwas Schweres runterholen müssen. Ich bin hier sowas von... Stehe jetzt hier gerade sowas von auf den Schlauch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie zu ihr da oben hin müssen. Das heißt, ich denke, dass du eventuell... Aber was bringt dir das, wenn du da hoch springst irgendwo? Kommst du da nie auch so hoch? Okay, hier geht's nicht. Ich wollte mal ausprobieren, ob das auch im Spiel funktioniert. Ja, ich brauche mich nicht mehr scheiden lassen. Ich habe sie schon gekillt. Scheiden lassen willst du dich ja trotzdem. Also, auch wenn du mich killst. Ähm, oh, guck mal, hallo. Boah, ich bin ein großes, böses Monster. Okay, also das hier flüssig wirklich weiter. Ähm. Aber hier oben ist irgendwie einer drin. Guck mal da. Wer bist du denn? Hi. Redest du mit mir? Ich kann dich nicht verstehen. Tut mir leid. Irgendwas unheimliches Rotes hier oben. Das hat Augen und so. Ach man. Ist das vielleicht wirklich mit dem Flitzen angegen? Ha, genau. Was ist denn hier mit? Oh, komm mal her, komm mal her. Wo? Beiii. Siehste, komm endlich, bewegt deinen faulen Hintern. Du. Der über dir. Oh Gott. Oh, whoa, May. May, uh, they're alive. What is going on here? No clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. But, those fuses? They just, they just ran away. Hey, I mean, I don't know if you see them and they're little fuses legs. Oh, worry about that later. Let's just bring them back. Okay, genau. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Wir müssen sie erstmal zurückholen, ja. Kann ich die? Ja, ich kann die aufheben. Okay. Okay, mein Körper fühlt sich weirrt. Ey, das war meine. Du auch noch ein bisschen. Aber eine fehlt. Die ist da oben. Oh, du kannst, glaube ich, mehrfach. Ha! Du hast gedacht, du könntest abhauen. Warte mal. Arsch springen? Stammattacke kann ich noch machen. Ihr macht das Ding mal kaputt. Vielleicht kann ich die daneben, oder so. Was machst du denn da? Ja, aber springen mit... Ach so. Oh, ich bin doof. Das weiß ich, aber... Nein, wo ist sie hin? Hä? Warum hast du sie nicht festgehalten? Ja, habe ich ja direkt gedrückt. Du bist so unfähig. Guck mal. In so einem Springen bin ich super. Bleib hier. Bleib hier. Nein. Fuck ja, genau. Warte mal, springen und Doppelsprung. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Guck mal, wie grandios das bei mir aussieht hier. Schatz, ich hänge so rum. Kannst du mal helfen? Wie komme ich da hoch? Ich komme da gar nicht hoch. Wenn du die Y-Zelon drückst. Nein, ich musste ja erst mal da richtig hochkommen. Bleib stehen! Du fammele deite... Äh, Sicherung. Das ist irgendwie sehr beengt hier. Ich bin auch viel zu breit dafür. Die Beziehung fand ich auch immer sehr beklemmend. Das wollte ich dir nochmal gesagt haben. Warte mal, sprinten ein und aus. Wuhu! Okay. Mein Controller ist gerade voll am Vibrieren hier. Ich sollte mir den woanders hinnehmen. Nein. Ähm. Wie kommen wir denn jetzt... Da, komm mal rüber. Oh... Checker! Ich weiß zwar nicht, was das Sprinten mir bringt, aber egal. Da kommen die aber jetzt so nicht hoch. Bist du mal hier? Warte mal hier, oder? Ja, lass es zusammen. Genau. Warte, warte. Warte, auf drei. Genau. Siehst du? Du bist wieder schuld. Also. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Jetzt metzeln wir diese Sicherung. Ach so. Oder so. Man bleibt da. Ach, die hält sich automatisch... Okay. Wo bist du? Sicherung. Wo sie ist klein geschnitzelt worden. Nee, die ist da hinten. Wie hat die das gemacht? Uhuhu! So nicht. Nein, ich glaube, man soll sich da oben festhalten. Warte mal, springen und auf Oberfläche rutschen. Ja, aber nicht auf der Oberfläche. So macht man das, Schatz. Oh, aber nicht in die Kreissäge rein. Ja, springen. Nichts machen und warten, bis du auf der anderen Seite ist ein Weg. Weg, weg, weg. Aber pass auf die Kreissäge aus. Das ist keine Kreissäge, das ist eine Bandsäge. Ja, ich habe jetzt... Keine Ahnung, ich habe Stichsäge. Das ist ja eigentlich... Okay, hier stand was, was wir noch machen mussten. Ja, aber flitzen kann man. Innensprung quasi flitzen? Ja, kann man. Okay. Also A, A, X bei mir. Also unten, unten, links. Musst du einmal drücken. Wow. Das wäre fast drüber gewesen. Dein aber aufpassen, wo du hinkommst. So, guck mal. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war so klar. Guck mal die... Ah, ah, komm her. Komm her. Ich habe eine Idee. Ich bin ja die Clevere von uns beide. Ja, ja. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, hier drin zu bleiben. So, die Frage ist, reicht das schon, dass wir da hochkommen? Ja, reicht. Okay, perfekt. Was haben wir denn? Oh, hier ist eine Kreissäge. Das ist eine Kreissäge. Ja, ich weiß es, doch. Mach mal Strom drauf. Warte mal, wo ist denn hier? Jetzt habe ich gerade gar nicht gelesen. Was hat er gesagt? Check it out. Sollen wir die anmachen? Ja, ja. Dass sie da hochflitzt? Aber dann ist das Ding kaputt. Also wenn die nach oben geht, ist das Ding noch komplett durchgesogen. Aber, ähm, ja. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, was wird hier eigentlich gemacht? Hier unten sind Winkel dran. Das heißt, das soll so teeförmig sein. Aber hier steckt eine Kreissäge drin, die danach dann keiner mehr benutzt hat. Also nach der Logik frage ich besser jetzt nicht. Ähm. Oh. Ach so. Ja, dann muss man drauf gehen. Scheiße, das war die falsche Taste. Reicht einer? Okay. Ich glaube, ja. Wir müssen hier drauf mit. Oder? Nee, ich muss dich... Nee, du musst hier unten hin. Ach, ich stehe hier schon wieder als einziger richtig. Das ist ja sehr klar. Oh! Ich stand obendrauf. Juhu! Hilfe! Ey, du Arsch! Gib mir meine Sicherung wieder hin. Keine Ahnung. Ach so, wir sind schon hier unten wieder. Genau, wir sind hier nicht, um Saltos zu schlagen. Du willst wieder hier... Ich hab's da eingepuddelt. Was machen wir jetzt damit? Ja, hier nochmal. Nochmal machen? Ja, und dann geht's ja wieder weg. Nein! Perfekt! Let's go! Okay, können wir abhauen? Das Book of Love ist noch nicht einsatzbereit. Auwe! 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 What just... What just happened? Oh! Those damn fuses! Auwe! May. There she is. Rose! Auwe! Rose, darling! Auwe! 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 You talk like you own her! Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through! Come on! I will! But first, there is someone I want you to meet! Cha-cha-cha-cha-cha! Tada! Oh! Oh mein Gott. Was ist das? Du hast meine Bezüge mit all dieser Schrapp. Schrapp? Was? Ich war einfach so glücklich. Das war's. Mach das weg. Ich fass das. Du nimmst das glücklich? Ich meine, du weißt, dass es ein paar davon ist... Das ist der Grund, warum es zerbricht. Es war deine Schuld. Und du hast ihm gebeten, dass du mich verabschiedst. Danke. Insofern, du hast mich in hier für das Leben gelegt. Ja. Ups. Ich bin gesaugt worden. Und werd weggespuckt. Jetzt vordere Blasen. Oh! 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 Oh Gott! Ich bin... Ich bin... Du willst zurück zu Rose? Ja. Du willst mit deinem Frau sprechen? Ja. Ja. Dann musst du die Vakuum mit dem zusammen. Oh, komm! Warum machst du das mit uns? Weil du beide musst lernen... ... Collaboration! Das ist nicht unsere Stronpunkt. Aha! Du wißt du, Collaboration ist die Grund, zu einem gewaltigen Zusammenhang. Huh? Collaboration! You understand? Now! See you later! Hasta la vista! Good luck! All right. Bye-bye now. Crazy book. Crazy book. This would never have happened, if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened, if you had fixed it, like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know. We're getting a divorce. But we can't do that, unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. Genau. Aber, bevor wir das machen, bevor du da rein trinnst, woher Robin came from. He said Rose bought him. Well, he doesn't sound like a book you would buy. Oh, more like a pretentious self-help book you would buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Forget about the book. Let's get to Rose. Ja, aber, und ich drücke jetzt mal vorsichtshalber lieber die Pause, bevor die widersprechen. Bevor wir das machen, werden wir diese Episode beenden und den Rest werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Warum hab ich mir im Hintern gekratzt? Bis dann. Weil's juckt. Ciao. Ciao.